Das ist Phipps. Phipps ist eine Heuschrecke und sehr einsam. Den ganzen Tag wandert er herum und sucht einen Freund. Hallo, da ist ja jemand. Der sieht aber ganz schön groß aus. Irgendwie scheint es, als ob sich die beiden nicht verstehen werden. Phipps ist irritiert. Sein Instinkt sagt ihm, dass er hier keinen Freund finden wird. Also zieht Phipps sich vorsichtig zurück und sucht weiter. Viel Glück Phipps! Ausgleichen 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 Untertitelung des ZDF, 2020